Dann begrüße ich euch recht herzlich zum nächsten Test meiner Klasse 1 Serie. Heute der NIGO-Artikel im Kobaltbomben-Bettel, vier Miniverk-Feuerwerksbomben-Betten. Die Artikelnummer ist die 4408, NEM beträgt ca. 4,8 Gramm, Inhalt sind vier Stück. Und dann schauen wir uns die da auch mal an. Jawohl. Ziemlich verbleichte Farbe, wenn ihr mich fragt von außen. Ist aber eine saubere Verarbeitung, nichts Klackert, nichts Lose, natürlich schief wie immer. Mit einer NEM von 1,2 Gramm pro Stück muss man mal schauen. Ich finde sie persönlich ein bisschen klein. Wenn man sich dagegen andere Bombetten anguckt, sind die wesentlich größer. Egal. Schauen wir trotzdem mal rein. Wir sehen uns dann gleich draußen. Und dann, wenn du diesen Beispiel schon, ist es Schluss defect. Wir veriften sie dicht haben. Wir sehen uns dann, dass wir in schönsten 있습니다. Wir sehen uns dann, oder? Wir sehen uns dann hingegen. Schauen wir uns die bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns hier, das ist gut. Wir sehen uns die copying die Infektionalen. Wir sehen uns dann. Vielen Dank.